Das ist Zilla. Zilla ist bereits 22 Jahre alt und ist ursprünglich von einem Altersheim zum Lebenshof in Hündwang gekommen. Sie wurde dort aussortiert, da die älteren Menschen anscheinend mehr Freude an jungen und aktiven Ziegen haben. Unter diesem Umstand war für Zilla deshalb kein Platz mehr in diesem Altersheim. Aufgrund der Vergangenheit ist sie sehr an Menschen gewöhnt und liebt die Aufmerksamkeit, sowie an der Wange gekrault zu werden. Wenn ihr Zilla gerne unterstützen wollt, schaut euch den Link in unserer Bio an.